hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video heute wieder zum thema home assistant und zwar möchte ich mir heute mit euch zusammen ansehen wie man in home assistant einen müllkalender integrieren kann ich denke jedem ist das schon passiert man wird montags morgens oder wann immer euer müll abgeholt wird wach und denkt sich scheiße der müll wird jetzt gleich abgeholt steht nicht draußen schnell in die klamotten rausrennen mülltonnen noch von irgendwie aus dem garten oder so holen schnell nach vorne schleifen und ja den stress den kann man sich halt ganz ganz easy sparen wenn man am abend zuvor zuverlässig erinnert wird und genau das schauen wir uns heute mal an wie wir das mit home assistant bequem und einfach umsetzen können wenn euch das thema home assistant interessiert und ihr gerne mal etwas mehr euch darüber mit anderen unterhalten möchtet oder vielleicht irgendwelche fragen loswerden möchten und die einfach mal in die runde werfen wollt dann schaut auf jeden fall mal bei uns auf dem discord vorbei https doppelpunkt doppelslash smart home yourself punkt de slash discord link dazu findet ihr auch noch mal unten in der video beschreibung ja da finden auf jeden fall täglich viele viele gespräche rund um das thema home assistant esp home raspberry pi arduino und 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 stadt würde mich auf jeden fall freuen den ein oder anderen von euch da auch mal begrüßen zu können ansonsten für alle dies noch nicht mitbekommen haben ihr habt jetzt auch die möglichkeit mitglied dieses kanals zu werden auch das würde mich natürlich riesig riesig freuen vielen vielen dank an der stelle schon mal dafür ich würde sagen wir legen jetzt los mit dem video ja hier seht ihr jetzt mein home assistant und wir legen auch direkt los mit dem abfallkalender was wir als erstes jetzt einmal tun müssen ist wir wechseln nach hex klicken hier auf integrationen und müssen jetzt hier als erstes einmal eine neue integration hinzufügen dafür klicken wir auf durchsuchen und hinzufügen und suchen jetzt hier mal nach waste und dann sehen wir hier schon waste collection schedule und das wählen wir jetzt einmal aus und klicken hier unten mal auf installieren noch mal mit installieren bestätigen so und jetzt sagt er uns hier ausstehender neustart wir müssen also einmal das system neu starten damit diese integration aktiv wird dafür wechseln wir auf einstellungen server steuerung zur sicherheit prüfe ich mal eben die konfiguration auch wenn ich meine ich hätte nichts geändert die ist in ordnung also können wir neu starten so der server ist neu gestartet wir schauen noch mal in die integrationen jawohl jetzt meckert er ja auch nicht mehr also kommen wir jetzt direkt zur konfiguration werfen wir dazu mal einen kurzen blick in die dokumentation des ganzen so und als ersten schritt bei der konfiguration müssen wir jetzt unsere datenquelle konfigurieren so sieht das ganze in etwa aus jetzt brauchen wir aber erst mal die daten von unserer müll abfuhr diese sollten als ICS datei vorliegen und in meinem fall bekomme ich die bei uns auf der homepage von unserer stadt wenn ich jetzt hier in meinem fall nach abfallkalender wärmelskirchen suche finde ich das ganze direkt bei google ich kann hier jetzt meine straße angeben ich trage jetzt hier einfach mal irgendwas ein dann kann ich jetzt hier noch angeben welche abfuhrtermine mich interessieren bio haben wir nicht wir haben nur papier restabfall zwei wöchentlich und gelber sack und dann klicke ich jetzt hier mal auf suchen und dann erhalte ich jetzt hier eine übersicht von allen terminen und wenn ich jetzt hier auf termin in kalender eintragen klicke dann lädt er mir hier diese abfallkalender punkt ICS datei herunter da müsst ihr einfach mal gucken ob das von eurem entsorgungsunternehmen oder über einen anderen dienst bei euch in der region zur verfügung gestellt wird so eine kalender datei wäre auf jeden fall erstmal die grundvoraussetzung für dieses plug-in diese datei liegt jetzt also hier bei mir im download ordner ich sage jetzt hier mal ausschneiden ihr könnt auch sagen kopieren und wechsel jetzt mal auf meinen home assistant und zwar ist das bei mir 192.168.5.50 gehe dann hier in den config ordner wechsel darin in das verzeichnis www und hier kopieren wir diese datei jetzt einmal rein ihr könnt ja auch noch ein unterordner erstellen und die datei darin ablegen wichtig ist es muss in den ordner config www oder darunter liegen weil nur dieser ist öffentlich verfügbar das config verzeichnis selber ist nachher für den webserver nicht erreichbar und insofern auch nicht von dem plug-in zu benutzen so wir haben jetzt also unsere datei abfallkalender punkt ICS an der richtigen stelle abgelegt und können jetzt unseren explorer wieder schließen die webseite brauchen wir auch nicht mehr und ich kopiere jetzt einfach mal diesen ganzen block und füge ihn bei mir in der konfiguration ein dafür wechsel ich in den file editor sollte bei euch die konfiguration jammel noch nicht geöffnet sein könnt ihr diese hier oben auswählen und dann gehen wir einfach mal ans ende und fügen hier den ganzen block ein so aber das sind jetzt hier natürlich alles nur beispiel werte das heißt das müssen wir jetzt noch komplett an unsere bedürfnisse anpassen wir fangen mal an mit dem namen ich nenne das ganze jetzt hier mal ICS so und unter args müssen wir ihm jetzt mitteilen wo er denn jetzt die datenquelle findet hier geben wir jetzt an file doppelpunkt und in anführungszeichen schreiben wir jetzt dahinter www slash abfallkalender punkt ICS damit weiß das system jetzt schon mal wo es seine daten her bekommt hierbei achtung groß und kleinschreibung ist zu beachten und wenn ihr die datei in einen unterordner gelegt habt dann müsst ihr den natürlich hier ebenfalls mit angeben das config davor lasst ihr bitte weg sonst funktioniert es nicht so jetzt kommen wir zu dem abschnitt customize und in customize da müssen wir ihm jetzt angeben was für arten von abfall wir in unserem kalender denn überhaupt stehen haben dafür öffne ich jetzt mal die abfallkalender punkt ICS in einem text editor so sieht also unser kalender in wirklichkeit aus und was uns jetzt als erstes mal interessiert sind die einträge die mit dem begriff summary beginnen und dann seht ihr jetzt hier restabfall 2 wöchentlich beziehungsweise hier haben wir gelben sack und irgendwo müsste es auch noch papier geben hier unten das sind also jetzt in meinem fall die drei begriffe die uns interessieren ich fange mal mit restabfall 2 wöchentlich an kopiere mir das und hinterlege das hier als typ der alias ist nachher der begriff auf dem basierend unsere sensoren die werte abrufen können ich nenne das ganze jetzt einfach mal rest den parameter show ignoriere ich mal den lasse ich einfach weg genauso wie den parameter picture das einzige was ich noch verwenden möchte ist der parameter icon und zwar möchte ich hier das icon mdi trash minus can dabei handelt es sich um einen abfall eimer so jetzt haben wir noch den gelben sack also legen wir den auch hier an wir brauchen also wieder einen typ ich schaue in der datei nach wie das ganze hieß kopiere mir also hier die summary raus füge die hier als typ dahinter ein dann brauchen wir wieder ein alias bei den aliasen ist wichtig keine umlaute keine leertasten einfach nur so kurz und knapp dass ihr wisst worum handelt es sich aber eben keine sonderzeichen oder ähnliches so und dann brauchen wir auch hier noch ein icon oder ich hätte zumindest hier gerne noch ein icon und zwar mdi doppelpunkt recycle und als letztes haben wir noch einen typ papier hieß der glaube ich wir schauen nochmal eben nach jawohl hier unten einfach nur papier auch dafür ein alias den alias nennen wir einfach papier und als icon nehme ich hier wieder mdi trashcan so damit haben wir meine drei abfalltypen die bei uns abgeholt werden schon mal konfiguriert dann können wir ihm mit fetch time noch mitteilen wann er die daten aktualisieren soll da sage ich jetzt einfach mal um 4 uhr random fetch time offset interessiert mich nicht separator interessiert mich nicht aber die day switch time und hier geben wir an 10 uhr jetzt schauen wir nochmal eben in die dokumentation die fetch time die gibt also an um wieviel uhr einmal am tag die daten aus unserer datenquelle geholt werden sollen und die day switch time diese gibt an wann für den kalender oder für unsere anzeige nachher der tag wechseln soll denn sagen wir mal am dritten dritten wird der restmüll abgeholt dann können wir mal davon ausgehen um 10 uhr ist der restmüll hier abgeholt worden das heißt ab kurz nach 10 sagt er uns dann nicht mehr dass der restmüll abgeholt wird sondern würde uns dann den zunächst anstehenden papiermüll zum beispiel anzeigen wenn ich aber morgens um 7 uhr am dritten dritten auf home assistant gucke dann ist für mich ja die information dass der restmüll gleich abgeholt wird immer noch relevant ja und mit day switch time kann ich eben angeben um wieviel uhr dieses ganze umspringen soll also ab wieviel uhr der termineintrag für den jeweiligen tag uninteressant wird ja den separator den habe ich eben raus gelöscht aber vielleicht mal eben kurz erwähnt falls bei euch die daten in einer anderen struktur vorliegen als bei mir im standard ist der trenner immer ein komma wenn bei euch die daten zum beispiel per semikolon oder ähnlichem getrennt sein sollten dann könnt ihr diesen trenner hier über den parameter separator ändern damit hätten wir also unsere integration waste collection schedule fertig konfiguriert ich speicher das ganze einmal und jetzt benötigen wir sensoren dazu schauen wir uns hier einmal in der dokumentation den punkt add sensor an so sähe also ein vollständig definierter sensor aus als plattform haben wir also waste collection schedule optional können wir ein source index angeben wenn wir mit mehreren quellen arbeiten das tun wir jetzt in unserem beispiel nicht insofern ist das egal einen namen müssen wir dem ganzen geben dann haben wir das detail format in der regel denke ich passt der standard upcoming denn meistens möchte man ja einfach den eintrag sehen der eben auch als nächstes ansteht dann kann man sagen wie viele einträge möchte ich in dem sensor überhaupt zur verfügung haben in welchem zeitraum wir die daten abrufen möchten auf dem sensor wir können ein value template hinterlegen ein date template hinterlegen ja und wir können eben typen angeben und die typen die beziehen sich auf die aliasse die wir eben erzeugt haben heißt hier können wir ihm dann angeben ob er zum beispiel nur papier müll berücksichtigen soll ob der sensor vielleicht nur restmüll und gelber sack berücksichtigen soll oder eben alles wenn ihr keinen typen angebt werden grundsätzlich alle typen aufgelistet ja und insofern würde ich sagen fangen wir doch mal an wir gehen wieder in den file editor in meinem fall habe ich hier die sensoren alle ausgelagert mit dieser zeile sensor doppelpunkt ausrufezeichen include sensors.yaml also alle meine sensoren stehen in der sensors.yaml da wechsle ich jetzt auch mal rein wir gehen hier mal ganz ans ende und fangen jetzt hier mal an mit plattform doppelpunkt waste unterstrich collection unterstrich schedule dann machen wir weiter mit einem namen ich nenne das ganze jetzt hier einfach mal restmüll wieder ohne umlaute also mit ue anstatt ü nach dem namen gebe ich jetzt einfach mal noch an das detailformat und zwar upcoming und was wir jetzt noch brauchen ist ein value unterstrich template das template schreibe ich in einzelnen hochkommas und zwischen zwei doppelten geschweiften klammern schreiben wir jetzt hier value.days2 und das sorgt einfach dafür dass er uns hier als sensorwert angibt in wieviel tagen dieser müll abgeholt wird jetzt müssen wir nur noch mitteilen dass wir hier in diesem sensor auch wirklich nur den restmüll wissen möchten und das machen wir mit types doppelpunkt und darunter sagen wir jetzt minus rest wir schauen noch mal in die configuration yaml und hier seht ihr restmüll hatte ich als alias den wert rest gesetzt und der ist jetzt der typ den wir eben im sensor eintragen müssen das haben wir also auch richtig gemacht und das nächste was wir jetzt anlegen möchten ist ein sensor für unseren gelben sack wir wechseln also wieder zurück in die sensoren ich kopiere mir mal das gelbe sack hier unten hin den sensor des restmülls können wir jetzt einfach kopieren schränken den jetzt hier nicht mehr auf rest sondern auf den alias gelber sack ein und benennen das ganze jetzt hier oben noch um in gelber sack das gleiche machen wir jetzt auch noch mal für papier und damit man das ganze besser suchen kann schreiben wir jetzt hier vielleicht besser noch abfall davor überall denn das sind nachher unsere sensor namen ich speicher das ganze noch einmal und ich würde sagen jetzt starten wir home assistant einmal neu damit die sensoren hier einmal neu geladen werden und schauen uns mal an was uns diese jetzt für werte liefern dazu gehe ich noch mal eben in die einstellungen server steuerung prüfe natürlich zuerst die konfiguration bevor ich neu starte jetzt haben wir ja auch was geändert die konfiguration ist in ordnung und wir können home assistant somit neu starten home assistant ist neu gestartet und da wir gerade die sensor neu angelegt haben würde ich sagen diese schauen wir uns jetzt einmal an ich wechsle dazu mal in die entwickler werkzeuge und hier suchen wir jetzt mal nach abfall dann sehen wir jetzt hier auch schon abfall gelber sack papier und restmüll nehmen wir einfach den gelben sack und dann seht ihr hier zustand 17 also in 17 tagen wird der gelbe sack das nächste mal abgeholt nämlich am 23 dritten und da ich heute am 6 märz dieses video aufnehme passt das auch mit den 17 tagen wenn wir jetzt hier mal auf den restmüll wechseln dann sehen wir restmüll wird in 10 tagen abgeholt nämlich am 16 so binden wir das ganze mal in die oberfläche ein wir gehen auf die übersicht sagen hier oben bearbeiten ich lege mal einen neuen reiter für abfall an dem fügen wir eine neue karte hinzu welche nehmt ist eigentlich erstmal ziemlich egal ich nehme jetzt mal die elemente karte und hier packen wir jetzt erstmal einfach alle drei abfallsensoren drauf und sagen speichern so und jetzt hat man hier zumindest schon mal eine übersicht in 17 tagen gelber sack in drei tagen papier und in 10 tagen restmüll sieht aber jetzt erstmal natürlich noch nicht ganz so schön aus als erstes klar kann man jetzt hier schon mal sagen ich gehe auf die einstellungen und ich nenne das ganze mal gelber sack dann sieht das schon mal ein bisschen besser aus das gleiche machen wir hier auch wir sagen hier papier und hier unten restmüll schon mal ein bisschen besser aber hier hinter steht jetzt immer noch nur eine zahl damit ich nicht vergesst dass es sich dabei um tage handelt möchten wir das auch gerne machen dafür gehen wir nochmal in die einstellungen scrollen hier ganz runter gehen auf anpassung und dann suche ich jetzt hier auch nochmal nach abfall hier sehen wir gelber sack und dann gibt es hier unit of measurement wenn ihr das hier oben nicht findet habt ihr hier unten die möglichkeit zu sagen wähle ein attribut zum überschreiben aus entweder taucht es hier auf oder ihr könnt sagen other und könnt dann hier unit of measurement eingeben das in meinem fall jetzt schon hier oben existiert trage ich jetzt hier einfach mal das wort tage ein denn dabei handelt es sich um die einheit unseres wertes den der sensor zurückliefert und wir speichern das ganze und können jetzt den nächsten sensor auswählen nehmen wir dafür den papier sensor und hier seht ihr hier taucht der wert noch nicht auf also sagen wir hier unten wähle ein attribut zum überschreiben aus und dann taucht hier unit of measurement auf wählen wir aus und geben auch hier ein tage speichern und jetzt fehlt uns nur noch der restmüllsensor auch für den tragen wir hier für unit of measurement mal eben noch tage ein speichern auch den dritten sensor und jetzt schauen wir uns das nochmal in unserer übersicht an und dann seht ihr jetzt hier gelber sack 17 tage papier drei tage restmüll zehn tage das ist doch finde ich schon mal ein schöner start was ich jetzt gerne noch hätte wäre ein sensor der mir anzeigt was ist denn der nächste müll der abgeholt wird und wann dafür brauchen wir noch einen neuen sensor dafür gehen wir also wieder in den file editor in die sensors jammel kopieren uns jetzt einfach mal den letzten sensor und nennen ihn um in abfall nächster und das einzige was wir jetzt tun müssen ist wir entfernen die angabe des types somit ist er nicht mehr eingeschränkt auf papier sondern er berücksichtigt alle werte aus unserer ICS datei und insofern sind wir hier an der stelle sogar schon fertig wir speichern das ganze ich starte home assistant nochmal eben neu okay so home assistant ist wieder da wir gehen direkt wieder in die übersicht auf unsere abfallseite klicken hier mal auf bearbeiten und fügen hier jetzt mal noch den letzten abfallsensor hinzu und zwar abfall nächster und dann passen wir den hier auch noch eben an sagen hier nächster abfall aktualisieren und auch da hätten wir gerne noch das wort tage hinter den schieben wir hier vielleicht mal direkt noch nach oben und dann sieht das ganze doch eigentlich schon ganz gut aus zum abschluss möchte ich euch jetzt noch eine weitere variante zeigen wie man das ganze auf der oberfläche darstellen kann und zwar mit einer markdown card diese ist dafür da um formatierte texte auf der oberfläche zu positionieren ihr kennt das ganze schon von der benzin preis übersicht für alle die das video dazu noch nicht gesehen haben schaut mal oben in die infobox da verlinke ich euch das video wie ihr benzin preise aus eurer umgebung in home assistant integrieren könnt und hier legen wir jetzt mal eine markdown karte an entfernen hier mal den inhalt und beginnen als erstes mal mit einer überschrift überschriften beginnen mit raute leertaste und schreiben hier jetzt mal nächster abfall termin darunter hätte ich jetzt gerne eine linie und jetzt möchte ich hier gerne als allererstes einmal angezeigt bekommen welche art von müll denn beim nächsten termin abgeholt wird das ganze machen wir mal als überschrift der stufe 2 also zwei rauten davor leertaste und dann brauchen wir die doppelten geschweiften klammern so und hier schreiben wir jetzt rein states.sensor.abfallnächster denn wir brauchen jetzt werte vom sensor des nächsten abfalltermins also von dem sensor der nicht eingeschränkt ist und wir erinnern uns in den attributen stand immer ein key value pair also auf der linken seite das datum das ist also unser schlüssel und auf der rechten seite die art des abfalls das ist also unsere value also brauchen wir attributes.values klammer auf klammer zu so das würde uns jetzt aber die liste aller termine mit den werten dahinter liefern davon wollen wir nur den ersten also schreiben wir pipe first sagen jetzt hier mal doppelpunkt und machen jetzt hier noch so ein template also wieder geschweifte klammer auf und zu ich mache das jetzt einfach mal eben in die nächste zeile und auch hier schreiben wir wieder states.sensor.abfallnächster.attributes und von unseren attributen hätten wir gerne wieder den ersten diesen bitte als timestamp also s unterstrich timestamp und dann möchten wir den timestamp noch formatieren und das machen wir mit timestamp unterstrich custom und dann in klammern die formatmaske und das wäre prozent d punkt prozent m punkt prozent groß y darunter hätte ich gerne auch wieder eine linie und jetzt speichern wir mal weil das markdown hier oben sich scheinbar schon wieder nicht mehr richtig aktualisiert so und dann seht ihr jetzt hier haben wir jetzt eine karte erstellt die uns sagt der nächste abfall termin ist papier müll und zwar am 9.3 und wir erinnern uns ich nehme das video am 6.3 auf also 9.3 ist in drei tagen ist auch wirklich der nächste termin so das papier hier ist natürlich noch nicht ganz schön vor allem weil es auch klein geschrieben ist denn hier diese values das sind ja nur unsere alias werte das heißt rest papier und gelber sack gelber sack ist alles klein geschrieben es ist zusammen geschrieben das passt also so noch nicht so ganz das können wir aber jetzt auch noch korrigieren und zwar indem wir hier nochmal eine pipe schreiben und wir sagen einfach replace in klammern zum beispiel papier kommen papier damit sorgen wir dafür dass klein geschriebenes papier durch groß geschriebenes papier ersetzt wird und dann machen wir das ganze direkt nochmal mit replace gelber sack soll er ersetzen durch gelber sack und replace rest rest solle ersetzen durch rest müll wenn wir das ganze jetzt hier nochmal speichern dann seht ihr jetzt auch hier hier steht jetzt papier wem das so noch nicht gefällt der kann hier natürlich jetzt auch papier müll oder sonst was hinschreiben ihr seht so könnt ihr auf jeden fall jetzt auch den anzeigenamen hier noch einmal so korrigieren wie ihr ihn gerne sehen möchtet wenn wir jetzt aber für diese drei abfallsorten hier drunter auch noch mal das datum sehen möchten dann können wir das natürlich auch wir gehen dafür noch mal hier auf bearbeiten und ich schreibe jetzt hier einfach erst mal rest müll doppelpunkt papier müll und gelber sack und da wir jetzt dahinter immer nur das jeweilige datum noch sehen möchten kopiere ich mir jetzt einfach mal hier den part raus der eben dafür zuständig ist hier das datum anzuzeigen das fügen wir jetzt hier erstmal hinter jedem eintrag ein und das einzige was wir jetzt noch machen müssen ist hier den sensornamen auszutauschen also einmal rest müll einmal papier und einmal gelber sack dann speichern wir das ganze noch mal und dann seht ihr jetzt hier der nächste abfall termin ist der papier müll am 9 dritten rest müll steht am 16 dritten das nächste mal an papier müll am 9 dritten und der gelbe sack wird am 23 dritten das nächste mal abgeholt wer das ganze jetzt noch ungefähr auf einer linie haben möchte man könnte jetzt meinen ich kann jetzt hier leertasten reinpacken ihr seht das funktioniert nicht und um sicher zu gehen dass das nicht wieder nur ein aktualisierungsproblem ist nein ist es nicht das ist ein kleines problem was html einfach mit sich bringt nach einer leertaste ist einfach ende ich kann da noch so viele leertasten hin machen er zeigt uns immer nur eine dafür gibt es das tolle zeichen und nbsp semikolon und damit seid ihr in der lage mehrere leertasten hintereinander darzustellen ich kopiere das jetzt einfach mal und füge das mal ein paar mal ein und das gleiche machen wir jetzt hier beim papier müll mal auch noch so haben wir jetzt die daten in etwa in einer linie natürlich gibt es auch hier wie immer viele viele verschiedene möglichkeiten wie man das ganze jetzt darstellen kann ich wollte euch jetzt einfach nur mal ein paar verschiedene möglichkeiten zeigen wie ihr überhaupt werte aus so einem abfallkalender in home assistant rein kriegt was ihr da für möglichkeiten habt diese werte anzuzeigen und auszuwerten zu guter letzt kümmern wir uns noch darum dass wir auch von home assistant erinnert werden den müll rechtzeitig rauszustellen dazu gehen wir einmal auf einstellungen automatisierungen und legen eine neue automatisierung an wir sagen hier mit einer leeren automatisierung starten und nennen das ganze einmal abfall erinnerung als auslöser sagen wir jetzt einfach mal zeit und zwar würde ich gerne um 20 uhr erinnert werden als bedingungs typ wählen wir jetzt hier nummerischer dann nehmen wir unseren sensor nächster abfall und sagen wenn dieser unter 2 ist das heißt unter 2 ist nur noch die 1 oder eben die 0 0 ist zu spät weil das wäre heute dann muss der müll schon draußen stehen deshalb wir möchten einen tag vorher erinnert werden also muss der wert von abfall nächster kleiner als 2 sein deshalb auch unter 2 und dann sagen wir hier als aktion dienst ausführen dann müsst ihr jetzt hier als dienst nur noch den benachrichtigungstyp auswählen den ihr benutzen möchtet also alles was mit notify anfängt wenn ihr zum beispiel die home assistant handy app benutzt dann sollte hier euer handy gerät als notify auftauchen dann habt ihr auch noch die möglichkeit zum beispiel euch per telegram benachrichtigen zu lassen da es sich jetzt hier bei mir um ein testsystem handelt für meine videos habe ich jetzt hier keine notifications eingerichtet die laufen alle auf meinem live system aber wenn ihr zum beispiel wissen möchtet wie ihr euch per telegram benachrichtigen lassen könnt dann schaut mal oben in die infobox da verlinke ich auf jeden fall noch das video wie ich euch zeige wie telegram nachrichten per home assistant funktionieren ihr müsst auf jeden fall hier bei der aktion nichts weiter tun als eine entsprechende benachrichtigung auszuwählen dann gegebenenfalls noch hier unten bei dienstdaten eben eine message anzugeben könnt das ganze speichern und werdet dann immer abends 20 uhr einen tag bevor der müll abgeholt wird daran erinnert diesen auch raus zu stellen ja so viel zum thema abfallkalender in home assistant integrieren ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen wenn ihr doch noch irgendwelche fragen habt lasst mich gerne unten in den kommentaren wissen oder noch besser kommt direkt bei uns auf den discord link dazu wie gesagt findet ihr unten in der video beschreibung da bin ich in der regel besser zu erreichen als hier in den kommentaren wenn euch das video gefallen und weitergeholfen hat zeigt es mir gerne mit einem daumen hoch abonniert auch direkt den kanal und klickt auf die glocke wenn ihr kein video mehr verpassen wollt ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video wiedersehen verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten video ciao